Sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst. Das ist die Intention hinter dem zweiten Erfolgssuch von Star-Designer Guido Maria Kretschmer in Zusammenarbeit mit LR. Pure ist Erfrischend in der Kopfnote, hat Gefühl im Herzen und ist sinnlich warm in Form. Es ist ein wahrer Wohlfühlduft mit Pfirsich, Jasmin und Maiklöckchen, der dich in jeder Situation des Tages begleitet. Der blumig-frische Duft im 50ml Flakon ist eine absolute Kaufempfehlung und wie gesagt, der zweite von vier Düften. Wer der Versuchung nicht widerstehen kann, kann auf www.lr-billiger.de sich auch die Guido Fanbox holen, in der alle vier Düfte als Proben enthalten sind und so seinen absoluten Favoriten auf jeden Fall finden. Bis zum nächsten Mal.